Ich bin heute am Norisring. Hinter mir seht ihr den wunderschönen Luchszeich. Es ist tolles Wetter. Ich freue mich heute hier zu sein und wir gehen jetzt gleich rein ins Getümmel zur DTM. Hier ist jetzt ein Grab nach dem Krollifang. Das ist Tag für mich, weshalb die Autos dürfen nicht mehr verändert werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ist Tag für funk, 2017